Ja, ich bin Ferdanezsch. Es freut mich, dass ich hier mitwirken darf. Ich arbeite schon seit 2'000 Minuten therapeutisch mit manuellen Lymphdrainage und Fussreflexzonen sowie Massagen. Ich habe dann noch zusätzliche Atlasprophylaxe dazu genommen. Das ist eine Behandlung mit dem obersten Palswirbel, die für alle Sachen eine gute Grundbasis ist. Ich habe auch verschiedene Elektrotherapien mit einbezogen und meine Erfahrungen gemacht. Bis jetzt, das neu ist die Ehre. Und das ist weit aus möglichst das Beste. Das ist weit aus das beste Gerät, das ich je zur Behandlung habe. Es sind akute Schmerzen, die relativ schnell verschwinden, sowie auch chronische Gebrechen. Es wird sehr, sehr gut vertreibt. Man kann es niedrig stellen, hoch stellen. Ja, ich kann einfach so viel sagen. Ich bin begeistert. Darum kann man einfach alles damit behandeln. Es gibt nichts, was man nicht damit behandeln kann. Mit Ausnahme von offenen Wunden. Und Herzschritte machen. So gibt es ein paar Kontraindikationen, aber sehr, sehr wenig. Und darum kann ich das Gerät nur umstellen. Eine weitere Patientin. Sie hatte ein sehr starkes Kreuzweg am Rückenweh. Eigentlich Ischias, würde ich sagen. Der Ischiasnerv hat sich leicht eingeklemmt. Der Schmerz ist ins Bein abgegangen. Und wir haben jetzt auch ungefähr Falschbehandlung gemacht mit dem Influer. Und es geht bedeutend besser. Es geht perfekt. Hier behandle ich die Hauptschritte Spritze und Blende. Die Beckenform. Hier meine ich ehrlich. Ich bekam vor etlichen Wochen unerträgliche Rückenschmerzen. Ich lag auf dem Sofa und konnte mein Bein nicht mehr auf den Boden stellen. während einer halben Stunde zum Doktor gegangen, notfallmässig Spritzen rüberkamen, dann hat man Röntgenbilder gemacht und der Doktor hat natürlich sofort von Operationen und Splittegs geredet. Zu meinem grossen Glück habe ich mich nicht ins Boxhorn jagen lassen und habe mich ein wenig erkundigt und bin so zu der Frau Danesh gelangt, der mir mit dieser Therapie, unter anderem mit dem Visin Fluere Gerät, wunderbar helfen konnte. Wenigen Mal habe ich eine markante Verbesserung gespürt. Ich bin nicht beschwerdefrei und hoffe, dass das andauert. Und sonst werde ich natürlich jederzeit wieder mal zu einer Bewohnung gehen. Also ich bin total begeistert von Visin Fluere. Ich bin total begeistert von Visin Fluere. Ich bin glücklich. Vielen Dank.